NEINN HUNTHUNTHUNTHUTHUNTHUNT TOD HUNTHUNTHUNT TOD TOT Yo leute was geht ab wir sind wieder zurück zu geschehen Black Ops 2 mit dem Friedrich Hardcore Hardcore mit dem Tosny und äh diesmal hab ich glaub ich etwas ruhiger gesprochen aber ich glaub ich... Ich glaub jetzt rede ich wieder schnell Nein Rain cared sammel deine worte ich habe meine worte super gesammelt ich bin voll auf der höhe macht erst mal ein buchstabensüppchen buchstabensüppchen da kommen immer so doofen wort daraus so oder setzte so du bist doof und bring dich um und so da werde ich mal voll depressiv oder dein pimmel ist klein das ist bei dir nicht der fall in einer alten fleischpeitsche es gibt sachen die gehören hier nicht rein das sind doch so sachen die jenen einfach nicht rein der feind hat a ich kann nicht mehr ich bin tot ne da ist einer i believe i can shoot und ich bin tot ah läuft die runde warum hast du denn grad so schönes äh ich bin im wasser ich geh so in die kirche ach plansch denn ne runde ne jetzt hat ihn abgeschossen kann man sich mal geben ja alter was denn los ja was ist los max wir verlieren charlie hey jetzt reicht es mir aber wirklich na jetzt bist du nicht mehr so gut zu sprechen oder was ich nehme grad mal a ein ganz entspannt nein aber gerade so noch eingenommen nice hunter killer drohne zerstöre sie der feind hat c verbündete hunter killer drohne eingesetzt man ey der feind hat b was ist denn das du hast das heute nicht drauf oder scheiße ich wurde aber auch gekillt ey der feindliche drohne nähert sich oh nein er hat mich noch gekillt sehr gut sehr gut sehr gut nein ich werde gerade immer schlechter oh da war einer machen wir jetzt aber nicht ohne spaß ey übertreibt doch mal bitte ein bisschen warum haben die eigentlich so viele punkte ey nein alter jetzt werde ich hier aber langsam mal ungemütlich da haben die denn naja nicht so viel ja wir liegen noch vorne aber sie sieht langsam schlecht aus ey und ich verreiß immer voll wo sind die jetzt hier feindliche drohne nähert sich wir verlieren alpha nein von hinten alter wir sind grad ey mega verrecken ich hab neu gekillt sehr gut wir werden beherrscht diese position einnehmen wir haben einfach gar nichts mehr alter das sieht irgendwie mega scheiße aus gerade ne sag mal der spielt ja auch gern boom oder wat oh der will mich doch verarschen ey finde ich negativ ey ich will erstmal ihn alter ihr wollt mich doch alle verarschen jetzt oder was ich will jetzt erstmal ihn mit meiner armbrust killen mit der armbrust ja ja gönn dir was ist los ich hab ihn mit meiner armbrust gekillt echt du was alter von hinten alter jetzt fühle ich mich langsam verarscht jetzt läuft die runde nicht mehr ey jetzt läuft die runde nicht mehr ey wir werden beherrscht agressiver vorgehen oh die runde ist gleich vorbei nein ich bin ja letztes Bild echt ne doch nicht lol alter bist du doch noch vor mir ey gleich uuuh unglaublich boah scheiß die waren da ne ach ist er jetzt schon vorbei wa na halbzeit ne halbzeit achi wie halbzeit die punkte bleiben oder wat jaja die punkte bleiben es geht jetzt einfach weiter die ziele sicher geht ja bis bis einer 200 hat ungefähr also mindestens der feind hat sie eingenommen nein geh doch da weg ach du feindliche hat der drohne unterwegs also ich weiß nicht irgendwie habe ich gut angefangen aber jetzt sieht es echt schlecht aus gerade quickscope echt quickscope so ein bisschen aber bei Hardcore ist doch ungünstig oder? joo ein bisschen a bissl a bissl a bissl oh was von hinten oh ey ich habe schon ewigkeiten keinen kill mehr gemacht ey der feind hat bravo eingenommen was jetzt haben die auch noch bravo ey ohne spaß ey die wird gesichert endlich ey oh jetzt habe ich den einigen gekillt sorry tut mir schorri alter wie der uns beide gekillt hat ich auch ich stand hinter einem ich weiß nicht ob du es warst da hat der uns einfach beide eiskalt gekillt ey was gibt es ja nicht ey wir verlieren A wir verlieren A wir verlieren A wir verlieren A in feindliche Hunter Killer Drohne unterwegs ja und die erwischt natürlich nicht ja war logisch ne ja war logisch ne erstmal bazooka bazooka oh geschützt oh fuck die haben geschützt bei C und wir verlieren A ja geht doch geht doch oh ne da kämpft noch einer bei A ich will diesen Hundesohn nicht mehr sehen wie kann man denn bitte so campen ey wir verlieren A wir verlieren A oh ohne Spass ey oh wie geschützt ja ja geschützt hatte ich ja gesagt eigentlich das hat sich da befindet das hat sich da befindet Alter wir verlieren schon wieder A ne doch nicht aber da sind die ganzen Spacken ja alle scheiß ich hab keine Granaten ne hier ist doch keiner mehr wo sind die denn jetzt hier alle Verbündete Drohne nähert sich Was? Ohne Spaß, ey. Oh Mann, ey. Ich krieg einen Raster, ey. Vom feinsten. Nein, Mann, was liegen die denn da auf dem Boden, ey? Unglaublich. Ich glaub, Suchen und Zerstören war spannender, ne? Bisschen. Das ist hier ziemlich low, ey. Aber Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, was findet ihr besser, Suchen und Zerstören oder die ganzen anderen Spielmodi. Also könnt ihr euch mal reinschreiben, was ihr euch so wünscht. Aber jetzt schreibt nicht rein ein besseres Gameplay, weil das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Da haben wir verloren, geil. 16 zu 24, ey. Der letzte Kill. Du bist der letzte Kill? Nee, doch nicht, doch nicht. Ja, ey, 18 zu 30, das kannst du ja keiner erzählen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschö. Bis dann, tschö.